das kommt jetzt hier rein gleich kontrollblick ja elftausend 224 liter habe ich jetzt erstmal eingefüllt das sieht gut aus mehr als die hälfte feld 46 war das das große das heißt wir fahren einmal durchs dort reparieren und dann stelle ich ihn schon ans feld soll ich wirklich blinken ganz ehrlich lkw war vor mir und hat umgezogen hier wie sind irre so ein bisschen weit gefahren sitzt du hier gerade im lkw nein du bist hinter dem laden aufgetaucht mit deinem namen und ich bin auf den laden zugefahren mit dem lkw das sah gerade aus als wenn du im lkw gefahren bist und den lektion reparieren 136 und ja 44 der anhänger ist so repariert ist er ja auch nicht so gut was mache ich hier ist frage ich mich auch gerade was das wird ich wollte zurückfahren werde da nicht durchkommen oder ich bleibe am haus hängen deswegen das rohr hinten wird auch stören ich fahr mal hier an der seite durch dann hast du platz die bitte wasser war das nicht so links tanken da muss ich ran so das reparieren aber ich bin ganz schön lerne das lockere ich war hälfte hälfte mit beiden ich war ich war weiter runter ich bin jetzt gerade bei der hälfte der tankt immer noch so so immer noch nicht voll so ja 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 ich bin ja vorbeigefahren ja ich war hinten wieder raus es ist ja wohl nicht zu wollen ich habe grünen jetzt nicht mehr ach menno ja ja so rot 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 blüte entzehn so muss auch gleich noch putzen mais auch wie er hier steht ne sag nichts noch ist er noch ist er ein bisschen grün ja ich komme ja gleich ich muss ja erstmal jetzt hier dass das das ding sie abgeben und putzen muss ich die maschine noch und dann komme ich mit dem maisgebiss das war die pforte gestern einen schönen apfelkuchen gebacken ach jetzt weiß ich was ich noch muss man machen muss das saatgut muss ich noch nachfüllen das muss ich noch fix nachfüllen damit wieder paletten durchlaufen weil uns fehlen die das eine oder andere eurochen aber wir sind knapp dran an deinem häxler vom geld her ok ja also wir könnten uns einen günstigen könnten uns tatsächlich schon leisten aber den willst du nicht du willst einen ordentlichen ein ordentlicher soll es schon sein ne und da fehlen uns so 2 3000 euro wenn da nochmal die eine oder andere palette durchläuft können wir die verkaufen so und dann haben wir einen vernünftigen denn nochmal putzi putzi machen hier damit das hier alles vernünftig hinterlassen wird ne so wir haben hier 3000 fast 4000 liter drinnen das abbezogen die 4000 15.000 liter müssen hier rein dann verkaufe doch das stroh vom acker wir bräuchten nur unsere silageballen verkaufen was meinst du wie viel geld dann hätten ja also da bräuchte ich auch nur eine runde fahren eine runde silageballen hier stehen noch da hinten stehen noch eine ganze ganze batterie welche ja das sind strohballen nein ach nee da stehen auch die grünen sind die silageballen gut das da sind silageballen sind da noch welche rum äh guck mal ja das ist ja das lager ich meinte jetzt sinnlos rumstehend auf der karte nein ja und dann drunter haben wir noch irgendwo sinnlos was stehen ne ich glaube nicht ja die strohballen stehen ja noch drunter da wo die fahrzeuge sonst drunter sind stimmt in der einen garage da hinten ja ich sehe es von hier aus da hinten so das sind einmal acht und was hatte ich gesagt 15.000 einmal jetzt wird es lustig und jetzt muss moody moody da mit dem ach kommen wir da durch ne ne doch da kamen wir durch müssen wir jetzt mit dem maisgebiss aufweier durch die gegend eiern das ist ja nervig das ist doch dies hier hinten oder nicht ja das ist das da draußen ja das ist trotzdem noch sechs meter breit weil den ganzen zwölf genau das das maisgebiss riese dass es dafür keinen anhänger gibt echt uff so wir müssen warte jetzt mal ja mal kurz auf kurz auf die karte gucken wir sind hier und müssen hier hin ganz ehrlich ich will nicht durch die 30er zone fahren dann versucht doch dich bei den grünen streifen zwischen den fällen zu halten da habe ich schon mal versucht geht nicht habe ich schon mal versucht das ist nicht nicht machbar ach jetzt bin ich hier sowieso auf dem feld ist auch egal da ist gleich das feld vom lacht waren ja nimmst gleich was mit lang ja 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 er kann er kann also hier auf den grünen fällen zu fahren ist eigentlich nicht 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 machbar sowieso nicht da muss ich hin da bleibe ich auch mit dem scheiß gebiss hängen ehrlich das ist wirklich nicht schön muss sowieso der sieht ja geil ist noch nicht fertig aber das wäre jetzt schon das sieht noch ein bisschen grün aus ja aber ich fange links an also ja ich habe den trecker jetzt auch noch abgestellt da wir stehen auch schon mal bereit fangen hier an muss ich hier ein oder noch ein weiter noch ein weiter noch ein weiter nicht 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 die straße guck mal da ist doch ein auto heute gerade mal wieder durch den vorgarten beim nachbarn gefahren das ist nicht schlimm der kann ich habe ihm die hecke geschnitten mit dem vorderrad hätte noch ein weiter mann jetzt sagen wir es noch zwei weiter ja nicht die asphaltierte sondern den ackerweg weiß nicht was ich hier tue aber es ist nicht gesund ja das sind alles bäume muss aufpassen da habe ich glaube da hänge ich das letzte mal auch drin als wir vorbereitet haben proximal oh schön der hund schon wieder nicht auftaucht ärgert mich schon keine ahnung was da verpackt ist ich bin im maisfeld oh ähm ich habe mal eine frage mhm diese maiskolben ne also nein ich habe keinen keinen keine fragen habe keine fragen so das gut läuft rein wie weit bist du denn mit der mit der arbeit hier ich lass gerade das saatgut in den garten laufen wasser war schon da hatte ich schon gemacht mit dem lkw ähm dürften versorgt sein oder die tiere sollten eigentlich jetzt versorgt sein die hühner haben futter die anderen tiere hatten eigentlich noch genügend auch wasser ich habe schon steine reingefahren ich habe einmal mineraldünger rausgefahren zweimal mist reingefahren dass wieder was durchlaufen kann kühe haben wasser und alles ähm die hühner am wasser wieso sehe ich bei denen jetzt nichts was denn produktivität 0% die haben wasser und eier ach getreide da unten ach ja getreide unten ja ok ich sehe schon ich sehe schon die waren noch leer gelaufen deswegen sind sie noch bei null die schafsböcke haben auch alles mhm bei den ziegen muss man immer mächtig aufpassen ziegen und hühner da musst du mal aufpassen das ziegen ist ein bisschen mau ne also was fehlt denn da jetzt ne 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 geht 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 gesamtkapazität 50.000 liter äh heuklee 50% klee frisch gras weizen oder gerste mhm ja dann hätten wir vielleicht doch noch das weizenfeld machen sollen aber ist jetzt egal äh die schweine sind auch gut 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 dabei so das 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 sollten die zwei monate sollten die schaffen oder ja wer die schweine alle tiere ja zwei monate sollten sie jetzt schaffen wir sind eben drei gesprungen und da waren 2000 liter nur drinnen so du hast deine tiere heute auch schon versorgt auf andrinas disco channel kannst du dich im kanal tierliebhaber mit gleichgesinnten austauschen schau vorbei und werde teil der community so nicht an nicht an läuft er bis jetzt hier ja ja kommen dauert ein bisschen jetzt aber erstmal nur juli dann kommen sie schon ja ich gehe erstmal nur ein monat nach september da haben wir ja neun uhr september regen langsame so immer schon wieder wolle schreien die aber zusammen echt mal na so oder sehr schön was wir haben wolle haben ne nur mit dem mit den eiern können wir aber auch eine ganze batterie ist doch gut versorgen wenn wir wieder über winter laufen lassen und dann haben wir wieder klamotten und sonst wird alles ja so hühner guck mal nahrung hühner 9400 wir waren wir also ungefähr 2000 pro monat musste rechnen wasser ist drin ich glaube ich habe jetzt auf die auf die karte wir haben noch genug hier vor milch 30.000 liter so das feld ist gelb ja noch ein monat noch ein monat noch einmal abgesehen habe gesehen hab gesehen ja das hat leider dieselbe farbe wie wieder ja 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 nee 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 hab gesehen hab gesehen ja dann müssen wir noch monat brauchen nächsten monat auf jeden fall schon wieder ein bisschen wasser ja die erste runde mache ich ja normal ohne gehäckselt ne ja mit dem maisgebiss Gebiss. Nur mit dem Maisgebiss, ja. Also da kannst du ja dann quasi in der Zeit ein bisschen Paletten fahren, das Geld reinholen und deinen Häcksler besorgen. Genau. Nahrung, 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 okay. Hühner, okay, jetzt dürfte ich alle kontrolliert haben. Dann können wir noch mal einen Monat hopsen. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme, ich fliege, ich eile. Ich war schon da. Oh, endlich, Mais, endlich. Wie viele Wochen haben wir darauf gewartet? So, Zeit läuft. Große Nachfahre beim Bauernmarkt, das ist gut. Das ist richtig gut. Ja, die bleibt ja nicht. Willkommen im Oktober. Sehr schön. 408.000. Haben wir noch. Jetzt müssen wir den Rest noch. Ja, dann musst du dann mal. Ja, das muss ich auch mal wegfahren. So, jetzt gucken wir mal drauf. Ja. Ja, 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 ja. Es klafft mittendrinne gelb. Ja. Ist das nicht cool? Ist das nicht gut? Aber der Zuckerrohr ist aber erst im November, so wie es aussieht. Ja, macht nichts, ist nicht schlimm. Das ist nicht so schlimm, aber das Feld ist reif. Hallo, Mike. Hallo, Mike. Hallo, Mike. Ja, Frühstück ist gesichert. Genau. Frühstück, Mittag, Abendbrot. Zum Frühstück gekochte sei, zum Mittag gerührtes und zum Abend gebratenes. Los geht's. Ran an den Hänge, Paletten geholt und dann wird verkauft. So, guck mal hier, jetzt hier, ne? Das piept ihr. Ja, ich höre's. Da ist er, der Mais. Ja. Er sieht gar nicht gelb aus. Eui. Sind auch alle, alle anderen Acker schon alle runtergefetzt, ne? Schneidwerk aufklappen. So. Also das Vorgewende gehört Proxima, richtig? Ja. Und der Rest wird gehäckselt, sehe ich richtig, ne? Ja. So. Äh, Mähdrescher. Aufklappen. Mach ihn nieder, den Mais, oh weia. Das wird jetzt hier richtig zelebriert. Drei Paletten, drei Paletten, drei Paletten pro Sorte. Ich würde sagen, drei Paletten, diesmal wieder pro Sorte. Kein Saatgut mehr drin, Wasser ist noch drin. Ja. Ist okay, so. Ich würde sagen, lose geht's, ha? Ja. Oh, Maxima. Oh, Maxima. Jetzt geht's los. Da oben ist er drinne. Da. Ich bin da ganz kurz weg. Ja. Da, siehst du's? Du kannst dich mit deiner Tasse da hinstellen. Oh, ich steh schon mit meiner Tasse bereit. Oh, ah. Also, wer sich in der Proxima reinreihen möchte, der kann es jetzt gerne tun. Der kann das jetzt gerne tun. Wenn das mal nicht heiß ist, dann weiß ich aber auch nicht. Ganz ehrlich. Das ist jetzt der ganz heiße Schiff. Ganz mit Liebe gemacht. Wirklich das Feld super bearbeitet. Mit Dünger, mit Kalk, mit allem, was dazu gehört. Natürlich alles Bio-Qualität. Proximal Taschentuchreich für den Sapper. Da bin ich wieder. Willkommen zurück. Oh, es reicht wieder eine Fahrt nicht. Geil ist das bitte. Komm, 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 ich komm wieder nicht rum. Guck mal auf das Bild, wie schön das aussieht da drinnen. Ich denke, die... Hast du nicht hinter dir ein Bullauge zum reingucken in den Turntank? Warte mal, warte mal. Wenn du mal auf das Innteil schaltest? Warte mal. Da. Oh. Proxima, guck mal, ein Groß. Da sind die Maiskörner. Endlich die heißersehnte Mais. Aber das Häckseln, das wird jetzt für mich noch interessant. Das sind aber dicke Dinge. Naja, du kriegst ein großes Pop da raus. Bist du sicher, dass ich ein ganzes Vorgewände machen soll damit? Ich meine, ich bin jetzt eine Bahn gefahren und habe schon 12.000 Liter. Gut, ne? Deswegen, da kommt ordentlich was zusammen. Warum der das nicht von alleine hoch macht, verstehe ich aber auch noch nicht so ganz genau. Da bin ich noch nicht in Decke gekommen. Was alleine hoch macht? Ich wollte, dass er das Mäh weg hochnimmt, aber das ist beim Maisgebiss ist schwachsinnig, ne? Ja, deswegen wahrscheinlich. Ich weiß, ich bin hier ein bisschen drüber, aber das ist nicht schlimm. Dann weiß ich aber, dass ich alles mitbekomme. Macht für Proxima ruhig den Anhänger her, toll. 60 Tonnen! Wenn die in der Pfanne explodieren gehen, gehe ich in Deckung. Ach, weißt du, da hat der Nachbar über Proxima, der hat dann auch was davon. Zack! Oh, 500.000! Und das war Anhänger Nummer 1. Sehr geil. 60 Tonnen! Okay. Dann wird das mit dem Vorgewände wohl nix, ne? Das wird dann wohl doch nicht reichen. Oh! Ja, und wenn wir noch einen Anhänger jetzt voll machen, dann sind es auch 40 Tonnen schon. Siehst du, da steht, glaube ich, noch irgendwo ein Anhänger, den ich wegholen muss, nachher? Ja, der Sockumherse. Ja, mit der Ruhe. So, nachher noch wegholen? Aber das ist, glaube ich, nur der Kleine gewesen, ne? Der da jetzt noch steht. So, Proxima, jetzt wird hier abgefüllt. Ganz frisch vom Feld. Also, diese Straße fährt sich schlimmer wie das Feld, ne? Muss ich jetzt mal so sagen. Boah, da wird man ja also eh krank.